Ein kleinbäuerliches Anwesen mit einigen Leiterwagen und der bunten Blütenpracht des Bauerngartens. Im Spätsommer noch die reifen Äpfel. So empfängt die heimatkundliche Sammlung in Flieden ihre Besucher. Viele Gerätschaften von Handwerkern und Bauern und auch eine Schreiner- und Schuhmacherwerkstatt finden sich im ehemaligen Hüttnergut Lenzis. Einer der aktiven Museumsleute ist Franz Karl Heil. Hüttner war früher ein ganz armer Bauer. Und wie es damals bei den einfachen Leuten ausgesehen hat, das zeigt die historisch sorgfältig eingerichtete Wohnung im Hüttnergut Lenzis. Die wenigen Habseligkeiten, Küchenutensilien und Geräte erzählen vom entbehrungsreichen Leben vergangener Zeiten und auch der Blick in den Vorratskeller wird keine üppigen Vorräte ans Licht gebracht haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017